Die ganze Nacht, hunderte Sequenzen im Nichts angekommen, in leeren Räumen nichts. Nur die Atmung, der Baum an einer Ecke in der Klinik, der gefällt wird, weil er innen morsch sein soll, morsch gewesen sein soll, die Trauergemeinde an seinem Stumpf, alle unleidlich. Und zum ersten Mal wollen sie in Ruhe gelassen werden und geben das zu. Viele, viele Beispiele von Nichts. Irgendwann beim Aufwachen Das große Void, die große Leere, die dann zur Wortreihe Aha, Leere, Leere, Leere führt zum Ausleeren.